Der kleine Flughafen von Labuan Bayou deutet schon auf die größte Touristenattraktion der Inseln hin. Aber es gibt noch viel mehr zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Von dem kleinen Hafenstädtchen Labuan Bayou starten wir eine Tauchtour zu den benachbarten Inseln Rinca und Komodo. Die vor Ort verfügbaren Tauchschiffe sind meist aus Holz gebaut und Umbauten der kleinen Fährschiffe, die zwischen den indonesischen Inseln fahren. Untertitelung des ZDF, 2020